ja so sieht es jetzt bei hier bei mir aus und das hat sich was getan wolkendecke ist aufgerissen dahinten könnt ihr sehen der schwatte scheiß drückt alles da hinten auch unten aber alles umso mehr dass hier nach zu mir kommt umso mehr löst sich der dreck auf hier habe ich jetzt meine organik pyramide rein gepackt zusätzlich ein bisschen wärmut ist auch immer gut und dann habe ich hier die lotte auf meinem erdungspin oben drauf angebracht und jetzt da mal gas und jetzt über die zeit kann man auch richtig schön sehen hat immer er hat richtig so eine richtig runde kugel hier über mir wo es sich gebildet hat ja geil